Ja, willkommen, mein Name ist Daniel O.L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Wix. In der letzten Folge haben wir diese, weiß ich nicht, diese Urn-Raupe-Wurm-Dingen erledigt. Und wir sollen jetzt Jasmin retten vom Jafar und Genie am besten zurückholen. Ja, und ich bin mal ins Haus hier gegangen und hab Goofy geholt, weil wir haben ja einen Triotech letztes Mal gefunden und den holen wir uns jetzt mal schnell. Aber erst mal gucken bei ihr. Na, warte, ich hätte vielleicht links rausgehen sollen, da hätte ich nämlich da oben rauskommen können, glaube ich. So, ich mach mal die Platte, ne? Ich suche mal, ja, durchzukommen, ohne Schaden zu bekommen. Dann, Donald, sehe ich schon wieder tot. So, hier ein Balazian, ne? War Donalds tot. So, jetzt kommen wir normale Gegner. Ja, natürlich wieder alle Gegner, die Platte machen. Oh Mann. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Training. Oh Mann. Oh, Glücksspin ist sehr schön. Ich gehe so gleich wieder zum Sprechpunkt, halb ich hoch. Ach, Donald. Ach, Donald. Oh,asch, ja bitte. Da dauert always mir schon wach sein. Damit weit machen können, oder auch nicht. Das ist. das geld wahrscheinlich irgendwie was großes nexia mega okay auch gut jeden fall hat geld hier so viel hat glückspilze halten das ist sehr gut das erhält nämlich die chance als gegner irgendwie items hinterlassen schnell wie mit natürlich ausrüsten hier war nichts mehr aber wir müssen noch den rest hier erkunden wir müssen nicht aber sehr schön ich habe ich bald schon hin kann immer mal hoch sind nicht eigentlich das war auch ein immer hier runter da müssten wir da oben ja auftauchen trägt mich irgendwie die gegner alle ja triggern darum ist noch eine truhe darum ist noch etwas oder kommen wir aber beides noch nicht ran habe ich so gefühlt aber hier wenn man ein gebiet gehen wo weiß ich ich glaube ich weiß was hier los ist ja natürlich das irgendwie so eine stärkere variant von irgendwas muss man ja noch mal machen das ist die frage auch egal ich muss blocken glaube ich also irgendwie ein monster hat hier in feinem mix dazu gemacht wurde hinzugefügt wurde oh gott ich glaube ich muss so kontern ich komme gar nicht so ein ding zu treffen aber ganz heute mal ein bisschen überspringen wenn er machen hat jetzt schon kaputt hallo es ist auch wenn man vom nahen machen oder was so jetzt möchte ich ja um anreißen ich würde euch keine analyse hat im moment hätte ich gewusst hat er so lange da bleibt aber noch dann jetzt ich bin echt immer auf mich allein gestellt habe ich gefühlt ganz sehr gut willst du 20 punkte und mehr nicht ja wir haben natürlich erledigt aber das wollte ich eigentlich nicht erleben vielleicht die schatztronie alle haben mann ja sehr gut wie hochmann ich will noch gar nicht kämpfen noch ist jetzt nicht wieder da da komme ich dahin 1 oder schmeißt hätten blöde viecher ich weiß nicht mal ob sich das lohnt wahrscheinlich nicht wieder hoch weil ich hier gleich war weg direkt siegen minuten und wir haben noch nicht erreicht eigentlich ich habe hier tun haben schon wieder ist das ding da löst wie ich pro terak hätte das kann ja mal donald wahrscheinlich gebrauchen lp alle feuer und ungeschehen da ist schon pro tera mehr oder weniger dort gratis erfahrungspunkte es war sehr schön sauer jetzt kommen wir raus ja glaube ich ich bin fette kloster ja mal sieht anti climatic aus einfach so so schauen wir mal der Donald einfach im Hintergrund der macht sich aus dem Staub oder was ich habe vergessen allerdings ein Team mitzunehmen ich wollte eigentlich den mitnehmen der Tigerachen am Eingang der Wunderwelle wird von den Herzen kontrolliert zerschlag in die Macht der Dunkelheit okay das Ganze natürlich so da hochkommen ich glaube, ja, okay habe ich früher nie gemacht so ich bin noch nie früher hier bei diesem allerersten Boss auf dem seine Dings geklettert auf seine Arme die Sachen merkst du echt voll spät im Leben ah, Donald, hi greif an ah vielleicht mal, wo ich bei den ganzen Kampfen mehr machen nehme ich das Ding hier perfekt hier ja, früher bin ich immer, wenn der hier so runtergegangen ist, hat er aufgesprungen aber jetzt, wo ich weiß, ob man auch so lange kann nicht schlecht da habe ich auch echt ein bisschen mehr träge da habe ich auch schon sagen, weil ich schon wieder getroffen werde, ne da hoch, nein, nicht ihr, boah oh, da ist schon kaputt, gut ja, wo ist ah oh man geh weg Hey, will ich nach jedem Schlag, weil er tot bin? Oh, danke, Bufi ist wieder da. War ja nicht so ein Dicker noch irgendwo? Oh, jetzt hat mich der Rauch, bitte. Wenn sie so, mhm, mhm. Alter. Voller nicht hoch. Ja, na, na, na. Ja, klar, der ist betäubt in der Luft. Wird sich eigentlich im Arm nehmen. Na, boah. Alter. Wird sich trinken. Boah, mach doch mal deinen Mund hin. Boah, der geht mir ja gerade auf den Arten. Ich komme da nicht hoch. Mach mal. Aua. Ich muss noch zweimal hintereinander getroffen werden, aber nicht hoch. So, jetzt lasst mich da hoch. Provinenstein. So. Ich bewege keine Einschränkungen, was passiert, ne? Oh, Mann. Alter. Mach doch mal was, ihr müsst mir schon ein bisschen helfen, Leute. Ja, jetzt macht er natürlich das. Alter, Leute. Er ist so alt vom Kacke. Also, ich bin da hoch. Ehrlich, ich kriege die Krise hier. Mann. Das gibt's auch nicht. So, komm her. Alter. Ich bin tot. Ja. Alter, das Viech ist so... Kacke. Das ist kacke. Boah. Ich hab den Schild am Anfang genommen und also, ne? Ich mag trotzdem noch so schnell. sonnig ja ich weiß könnte ein satz daran irgendwie zu blöd in zauber kann ich irgendwie mehr in heilung oder so aufbewahren so groß wie hier wird bei der pf hier hallo liebster Jetzt bleib ich hier drauf und komm lieber da ja runter, ich hab da erfahr'n. Alter! Alter! Mann, mein Gott. Ey, die gibt's doch einfach nicht. Ja, ist gut, Mann. Warte. Ich fähr's mal oben. So schwer ist der Gegner oder ich mach doch eigentlich gar nichts. Ja, noch einer. Wir sind drei Stück von den Viechern. Komm her. Ja, die verschwinden einfach deswegen verschwinden die manchmal die dicke. Ja. Ich glaub, ich hab's ja so als ich alleine irgendwie kaputt kriege. So einfach ist der Gegner. nur so eine beschüsse Position hier. Ich kann ja kommen wo abschlussangekommen mache. weil ich auch nicht runter ich will ich nicht angreifen gesetzt das ist doch mal hier gut analyse endlich oh mein gott und abwehrkraft ich hab mir schiss nach kampf gewesen analyse mit sortieren nach ausgerüstet okay sagen wir endlich analyse jetzt kommen die op von gegnern sehen endlich und wollte mal mehr mp ist natürlich nichts mehr die ganze zeit trägt ich nur mal erwähnt ja da war schon der erste stadt so ich glaube mir überhaupt weiter zum bräuchten erledigen wie wenig ich den abzuhören das macht der kicker unter aber ich habe ja gar nicht benutzt genau stimmt beim zweiten mal ich bin der abwehrkraft habe ich das gefühl Was ist ihr denn? Man, das ist vieler. doch da war auch schon nervige gegner auch mal sagen weil die viecher sehen als richtig nervige kotzbocken ich will da nicht hoch wenn wir nicht sicher ich glaube man kann auch da hochkommen aber gar nicht da ist glaube ich auch noch nichts oder da muss man so dahin kommen obwohl eigentlich schon ein bisschen kreativität kommt man dahin hier ist aber auch ein triotisch werkstatter keine hat es auch gefährlich was er immer so vollkommen kritische sachen dann zu kommen ach nee ich auch alle genau so ein reicht bis nach oben jetzt auch okay Das ist der erste Pace. Dann weiter. mal warum nicht da ja man speichert und damals und ja sowieso eigentlich mitnehmen war ich nicht mehr mehr hütte halten da kommt ja wenn ich wo war oder noch verlor der seite halten wo hat er gelegte entschuldigung da muss ich mal diesen nichts regeln muss ich da hintergrund jetzt aus da ja schon bessere sachen das hat immer unter geschnitten haben oder ich kann überhaupt noch gucken ob man alles schätze hat glaubt mich noch bitten in der nächsten folge mit feld ich habe das gefühl der welt in der arabischen welt blablabla der serie im alphabon wasserfall geschwommen pro terrakette auch schon mit fessere sachen sehr viel bessere sachen da bin ich halt kommende herr dann waren aber noch ein paar sachen das ist vollkommen normal das würde ich sagen dass ich das nicht berühren kann berühren habe ich aber so nicht hin glaube ich der ort der gelikte jeder noch da hoch glaube ich bin schon hier fertig und ob die sagen lieber noch nicht erreichen können noch nicht da wie soll ich denn daher hochkommen mann obwohl da komme ich nicht hoch und der scheu hier kann ich noch nichts machen glaube ich oder oben schick mal bruder zurückgehen direkt dann gehen wir nach oben und auch das wasser und ich mal kurz hier umschauen da sind wir runter genau auch mal danke soll ich öfter einsteller donald dat macht ja ne ich will ich will die ganze zeit auf dem werfen weil ich schaffe nicht war 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 ich glaube ich erreichen aber jetzt bin ich genau ja ich bin ich bin du hast ich bin nie in der ich bin ich bin ich bin ich bin halb erstellt bei uns die elixier halten bald werden die wichtig aber auch bei glatt ich mach mal hier weiter mit rillards das gemacht war da reihe weil ich weiß da ist irgendwann speichern und hier sind wir noch ja 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 einig ich will nicht die rufen an die schilder machen einfach so brauchte keinen grund warte ich bin ich jetzt aufgefallen bei jeder aufnahme also bei jedem part bin ich irgendwie immer zwei level stärker als vorher den sprung schafft ich nicht wo ich könnte den schaffen ich könnte so ein faszien stellen versuchen darüber zu springen aber das mal das noch mal weiter von der lab war wirklich war bitte der rote sich sagen wir uns auch noch er will close-up dann nehmen wir noch die rote trio tächtig um jetzt auch noch schnell ja nein ich mich bei einem mann ja aber donald sage ich schon mal obwohl er es verdient ganz ehrlich erst verdient noch bitten allerdings muss man sagt mir doch vorher ich habe da wir noch mal ja ja so hat darauf als übrigens ob trommeln wollen wissen dass physikalisch möglich da haben es dann schutzengel sein ein ich meine erinnerung getrübt und das da ein schutzengel sein da wusste ich doch habe ich kann das spieler auswendig dann nehmen wir das noch so weil ich schon gerne frecken zu wollen so dann haben wir glaube ich alles erledigt gut dann könnte ich den partier hier beenden und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play king damals feil weg ich bin eigentlich alles zu schauen sagt tschüss bis zur nächsten folge so